Meine Freunde und ich haben für 24 Stunden einen kompletten Bauernhof übernommen und es ist alles schiefgegangen. Das Video kommt diesen Samstag um 16 Uhr auf meinem Kanal online und die ersten Leute, die dieses Video gucken, können mal wieder 100 Euro gewinnen, denn ich verlose 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren, also spam die Kommentare voll diesen Samstag, 16 Uhr, let's go!